Was geht, Freunde, in der Ausmeld? Wir switchen rüber und let's rock! Nimmt der jetzt jeden Charakter hier bei Mario durch? Wer hat sich nicht schon immer gefragt, wie die Kinder zur Welt bringen? Ich dachte immer, das sind Pilze. Ich habe bestimmt als nächstes eine Geschichte von den Fischen, oder? Ich kann mir das Ende schon denken bei den Videos. Oh nein. Was geht mit der ab? Mario war doch noch gar nicht da. Oh, vor allem, wo ist das eine reingesteckt haben, Alter? Ja gut, der mit keinem Körper, also keinem wirklichen. Oh nein. Einfach wegrennen sie, ja genau. Das hilft ja Gift, Alter. Bier mit Giftpilz drauf, das ist interessant. Also ich glaube, die ist schon ein bisschen zu alt dafür. Beste Unterhaltung ever. Beste Unterhaltung ever. Alter, weil der hat's komplett ausgeartet. Ich glaube, dass ihr auch runtergestorben ist, hat er nicht gut getan. Guck mal, für Leifel. Also ich denke immer, diese Goombas haben eigentlich ein anderes Leben. Aber gut. Mal hinter den Kulissen zu schauen, ist auch ganz cool. Ich hab's gewusst. Ich hab's schon drauf gewartet jetzt. Ich hab auch gedacht, das ist dem Vater an mich. Aber das... Das Kind gilt es ja noch kranker. Wie geil. Oh nein. Jetzt hat er ja kein mehr. Jetzt muss er einsam und alleine sterben. Okay, das war schräg. Das ist eigentlich nicht das Leben eines Goombas, wie ich es kenne. Ich kenne das Leben so, dass sie rumlaufen und wie auch immer die das machen sollen, Mario aufhalten. Also den ihr Leben besteht eigentlich darin, sich von Mario auf den Kopf hüpfen zu lassen. Aber das war auch mal cool. Ich hoffe, ihr hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus. Bis zum nächsten Mal.